Musik Im heutigen Video soll es um eine der wichtigsten Grundkenntnisse im BFA und auch im AFA fliegen gehen, nämlich die Platzrunde. Die Platzrunde ist nicht nur wichtig, wenn man mit seiner Propellermaschine mal auf eine kurze Runde gehen möchte, sondern auch um zum Beispiel im großen Airliner Landetrainings durchzuführen. In diesem Video soll lediglich die Theorie hinter der Platzrunde vorgestellt werden, wie das Ganze dann online mit Funk angemeldet wird und wie das Ganze dann im Flieger aussieht. Das machen wir gesondert, damit dieses Video so kurz wie möglich ist. Viel Spaß dabei! Hier zu sehen ist eine kurze Grafik, die ich mal gemacht habe. Diese Grafik zeigt in Grau dargestellt eine Start- bzw. Landebahn. Und dann mit Pfeilen ist eine typische Platzrunde eben dargestellt. Die Standardplatzrunde ist eine sogenannte Linksplatzrunde. Das heißt, eine Rechtsplatzrunde müsste extra als sogenanntes Ride-Traffic-Pattern angemeldet werden. Wenn nur von einem Traffic-Pattern die Rede ist, dann geht die Platzrunde immer links rum. Der Einfachheit halber habe ich jetzt mal eine Start-Piste genommen, die in Richtung 090 ausgerichtet ist. Das heißt genau 90 Grad, ich sage jetzt nicht nach rechts, sondern genau in östliche Richtung. So fällt uns nämlich das Rechnen jetzt deutlich einfacher. Denn wie ihr hier sehen könnt, beschreibt der komplette Flug ein Rechteck. Was wiederum bedeutet, dass wir während des ganzen Fluges insgesamt 4 90 Grad Kurven vornehmen müssen. Nach dem Start auf der Piste 090 wird erstmal mit dem Steigflug begonnen. Und dann, sobald bestimmte Minimums oder bestimmte Constraints, die von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich sind, überschritten sind, beginnt die erste Linkskurve um genau 90 Grad. Das heißt, in unserem Beispiel würden wir dann eine Kurve auf genau Heading 000, also in genau Nordrichtung, vollführen. Und dann in den Querabflug übergehen. Der Querabflug dauert dann meistens ungefähr so lange, bis man seine Pattern-Ultitude, also die Höhe erreicht hat, auf der man das ganze Pattern dann fliegen möchte. Das kann natürlich von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich sein, je nachdem wie das Gelände in der Umgebung beschaffen ist. Meistens ist für VFR-Traffic zum Beispiel die Höhe zwischen 800 und 1000 Fuß. Da man in vielen Fliegern die Höhe aber relativ schnell erreicht, kann man den Querabflug durchaus, vor allem wenn man offline unterwegs ist, länger gestalten. Ist einer der eben genannten Parameter erfüllt, geht es dann in die nächste Linkskurve und in den Gegenanflug. Der Gegenanflug ist logischerweise genau entgegen der Landebahnrichtung ausgerichtet, also in unserem Fall in Richtung 270 Grad, also genau nach Westen. Der Gegenanflug ist, wie man das auch an der Pfeillänge erkennen kann, der längste Teil des gesamten Fluges. Und man muss beim Gegenanflug, je nachdem welche Art von Endanflug man machen möchte, das heißt ob man jetzt ein ALS machen möchte, ob man dann einen Visual Approach fliegen möchte und auf welcher Höhe man sich befindet, dementsprechend unterschiedlich lang gestalten. Um zum Beispiel bei einem ALS Anflug logischerweise den Glide Path korrekt intercepten, also auf der richtigen Höhe einfangen zu können. Ist der Gegenanflug dann beendet, das heißt hat man sich dazu entschieden jetzt in Richtung Piste wieder zu drehen, geht es in den Queranflug. Das heißt wir vollführen erneut eine 90 Grad Kurve nach links und gehen in den Queranflug. Der Queranflug dauert dann wieder ungefähr so lange wie der Querabflug. Dementsprechend sollte man vorher den Querabflug auch in dieser Richtung planen, dass man eben im Queranflug für sich selber genug Spielraum hat, um zum Beispiel bestimmte Anflugvorbereitungen zu treffen, wie bei einem Visual Approach zum Beispiel die Piste richtig in Sicht zu bekommen. Und möglicherweise noch Korrekturen an der Höhe und an der Heading durchführen zu können oder auch zum Beispiel um Tragflächen auszufahren, Geschwindigkeit abzubauen und möglicherweise das Fahrwerk schon auszufahren. Nach dem Queranflug geht es dann letztendlich mit der letzten 90 Grad Kurve in den Endanflug. Im Idealfall sind wir wieder in Richtung 090 ausgerichtet, das heißt in Runway Heading und befinden uns auch im korrekten Gleitpath, das heißt haben die richtige Höhe, haben die richtige Richtung und sind perfekt ausgerichtet, um dann wieder auf der Piste zu landen. Natürlich ist wichtig zu beachten, dass vor allem im Online-Flug bestimmte Änderungen bzw. bestimmte Phasen des Fluges konkret angemeldet werden müssen, das heißt man kann nicht einfach ohne irgendeine Form von Landefreigabe in den Endanflug drehen und dann möglicherweise auf der Piste aufsetzen, wenn noch Verkehr auf der Runway ist oder irgendwas in dieser Richtung. Auch ist es wichtig vorher auf den Charts, also auf den Abflug- und Anflugkarten nachzulesen, wie da bestimmte Prozeduren, also Procedures ablaufen, ob es da bestimmte vorgefertigte Routen für ein Traffic-Pattern gibt oder welche bestimmten Restrictions, also welche minimalen Höhen und minimalen Geschwindigkeiten es rund um den Flughafen gibt, um möglicherweise zum Beispiel Lärmbeschränkungen oder halt auch Gebäuden etc. mit genügend Abstand quasi ausweichen zu können. Ansonsten ist es noch wichtig, sich vielleicht ein paar Variationen anzuschauen. Die gehen wir jetzt noch kurz durch. Wir sehen wieder dasselbe Traffic-Pattern, aber diesmal noch um ein paar Pfeile ergänzt. Es gibt jetzt nämlich die Möglichkeit, sich nach einem Traffic-Pattern oder generell, wenn man sagt, man hat genug Landetraining gemacht, eine Art Abflug vom Flughafen dann eben zu wählen, unter anderem eben über eine SID beim IFA-Fliegen, das heißt beim Instrumentenflug, aber auch beim BFA-Fliegen gibt es bestimmte Abflugmöglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit eines direkten Abfluges, das heißt nach dem Start bleibt man auf Runway-Heading, also in dem Fall 090 und steigt weiter und tritt dann wieder mit den Lotsen in Kontakt und plant den weiteren Flug. Zweite Möglichkeit wäre ein 45 Grad Abflug, das heißt in unserem Fall in Richtung 045, also 45 Grad in Richtung Nord-Ost. Auch das müsste vorher mit Lotsen geklärt und angemeldet werden, aber das schauen wir uns nochmal gesondert an, wie das funktioniert. Und dementsprechend gibt es natürlich auch die Möglichkeit von außen in einen Traffic-Pattern einzufliegen. Typischerweise passiert das im Gegenanflug unter einem 45 Grad Winkel zum Gegenanflug, das heißt in unserem Fall würde das Ganze in Richtung Südwesten passieren, also in Richtung, muss ich selber kurz rechnen, in Richtung 225 würde das Ganze dann passieren, um dann eben den Gegenanflug richtig durchführen zu können, das heißt wieder richtig Höhe abzubauen, sondern mit der Höhe abzuschätzen, wie weit man eben von der Landebahn entfernt in den Queranflug drehen muss. Das ganze Thema Traffic-Pattern ist wirklich wichtig, dass man das Grundprinzip davon verstanden hat, aber das Thema Traffic-Pattern ist nicht zu verwechseln mit einem Go-Around, das heißt, wenn man jetzt als vor allem im IFA-Auflug durch den Lotsen ein Go-Around erteilt bekommt, dann entspricht das normalerweise nicht einem Traffic-Pattern, das heißt man dreht nicht einfach dann in den Querabflug und wieder in den Gegenanflug ein, sondern meistens sind, also eigentlich in 100% der Fälle sind für jeden Fall eines Go-Arounds bestimmte Charts und bestimmte Routen vorgegeben, die man dann abfliegen muss. Wie ein Go-Around funktioniert, das schauen wir uns in einem gesonderten Video an und das Ganze ist sehr, sehr streng und sehr, sehr strikt mit Regeln verbunden und entspricht eben nicht einem Traffic-Pattern. Ein Traffic-Pattern muss genauso wie jeder andere Flug vorher immer angemeldet sein, damit sowohl die Flugsicherung als auch andere Piloten davon Bescheid wissen, was man selber jetzt als nächstes vorhat. Aber natürlich ist ein Traffic-Pattern ideal, um zum Beispiel für sich selber das Fliegen ein bisschen zu üben und zu verinnerlichen, weil man durch ein Traffic-Pattern eigentlich extrem schnell einen Überblick darüber bekommt, wie so der ganze Autopilot funktioniert. Man bekommt sehr, sehr viele Landungen in kürzester Zeit und kann sich so ein bisschen auf das jeweilige Flugzeug einstellen und einschließen. Dann hoffe ich, dass das kurze Video euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.